Am 1. Dezember 2021 brachte Displate mit A Knight and His Wolf ein an Dark Souls angelehntes Motiv heraus. 1000 Exemplare wurden hergestellt und es war nach ca. 4 Tagen ausverkauft. Wir schauen uns das Displate jetzt mal zusammen an. Und los geht's! Bis zum nächsten Mal. Wie eingangs schon erwähnt, erinnert das Motiv stark an ein Dark Souls Spiel. Mir gefallen hier vor allem die verwendeten Farben. Die Palette von Orange, Blau und Rot sind hier gut ausgewählt. Die Art und Weise, wie der Ritter mit dem wehenden Umhang das Schwert in den weiß leuchtenden Stein hineinrammt, gefällt mir auch außerordentlich. Ja, das soll es dann schon gewesen sein. Eines Erachtens ein sehr schönes farbenfrohes Motiv. An Dark Souls angelehnt, mit Sicherheit keine Frage. Und von daher passt es auch sehr gut zu anderen Displays, die an Dark Souls angelehnt sind. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Macht's gut! Untertitelung des ZDF, 2020